Glück auf zusammen und willkommen nach einem wunderschönen Sieg. Ist das nicht einfach nur geil? Wir haben Leipzig besiegt. Eine Sache, die noch nie zuvor da gewesen ist. Egal ob Zweitliga-Zeiten, egal ob Erstliga-Zeiten, wir haben das erste Mal diese Dosen aus Leipzig vom Platz fehlen können. Ist das nicht einfach nur ein geiles Feeling? Und generell, also gegen Leipzig und gegen Köln, ich weiß noch, wie ich in dem Bericht nach dem Schalke-Spiel, wie ich gesagt habe, ja, ist ja irgendwie nicht möglich, dass wir nach den drei Spielen, Köln, Leipzig, Frankfurt, dass wir da irgendwie mit sieben Punkten vom Platz gehen, kann ja keiner mit rechnen. Und dann sind es jetzt einfach schon sechs Punkte. Schon nach diesen beiden Spielen sind es sechs Punkte und phänomenal. Phänomenale Leistung, phänomenale Stimmung. Die Fans im Stadion, es war einfach nur fantastisch, die Fans zu sehen, die alle mitgemacht haben. Es waren alle am Start, es haben alle Stimmung gemacht. Einfach nur richtig geil, auch noch natürlich mit der Stimmung im Hintergrund. Ja, und was natürlich auch noch dazu kommt, die Jungs haben einfach gefeitet bis zum Umfallen. Das hat man natürlich zum Schluss gemerkt, als es dann total wild wurde. Ich meine ganz ehrlich, natürlich muss man auch am Ende sagen, ist es Glück, dass es 1-0 für uns ist. Denn zum Schluss hatte Leipzig gefühlt noch drei, vier dicke Dinge auf dem Fuß. Aber das ist egal. Das ist wie gesagt, das ist total egal. Alle haben reingehauen, alle haben gekämpft und das ist ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Deswegen hat man schon gemerkt, dass natürlich zum Schluss die Körner auch so ein bisschen fehlten. Also ist ja auch normal, wenn du 93 Minuten oder 90 Minuten lang so kämpfst, so ackerst. Und ja, geil. Einfach nur geil. Zwei Siege in Folge und dann ein Auswärtssieg. Jetzt wieder die Heimstärke, die Heimstärke. Man hat es wieder gesehen. Wenn wir zu Hause, wenn wir einen guten Tag haben, wenn die Mannschaft einfach auch eine Mentalität hat, die einfach sagt, wir wollen den Sieg, wir beißen und wir sind die Mannschaft, die ihr zu Hause die drei Punkte verteidigen will, dann ist alles möglich. Dann können wir selbst Leipzig vom Platz schlagen. Mit einem 1-0. Klar, ist knapp, aber ist am Ende egal. Am Ende steht auf der Tabelle, dass wir diese drei Punkte in dem Spiel dazu gewonnen haben. Und das ist das Allerwichtigste. Und was soll man eigentlich noch großartig dazu sagen? Jetzt kann man, oder das möchte ich natürlich auch noch auf den einen oder anderen Spieler eingehen, wenn man mal so eine Note vergeben müsste, 1 plus mit Sternchen und mit einer Kirsche noch oben drauf, dann ist es einfach nur Erhan Masovic. Also wirklich, Erhan Masovic, was du heute wieder geleistet hast. Verteidigung, super souverän, abgeklärt, total sicher und dann machst du uns auch noch genau das Siegtor. Wirklich einfach geil. Und natürlich kann man jetzt auch so argumentieren, dass wir auch noch hätten höher führen können, wenn man auch mal so die Chancen von Asano sieht, die er hatte. Oder auch wenn die Flanke von Anthony Ajay, wenn die ein bisschen tiefer kommt, dann hat Hoffmann, nicht Hoffmann, Hoffmann, genau den Kopf drin. Und dann hätte es 2-0 gestanden. Also von daher, das war einfach nur, fand ich persönlich, in den meisten Spielphasen ein total offener Schlagabtausch. Und Leipzig war noch nicht mal schlecht. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so gesehen, dass Leipzig irgendwie krass unter ihren Erwartungen so gespielt hat. Der entscheidende Unterschied war nur, dass wir auch extrem gut heute waren. Und egal, was die Presse jetzt wieder schreibt, irgendwie Leipzig blamiert sich in Bochum und wie kann Leipzig in Bochum verlieren? Wir Bochum haben es anständig gemacht. Wir haben einen richtig geilen, anständigen Fußball auf den Platz gebracht mit allen grundlegenden Tugenden, die dazugehören. Und so kannst du auch halt gegen solche Mannschaften gewinnen. Da brauchst du keine 200 Millionen, da brauchst du keine Milliarde. Da reicht einfach nur Bodenständigkeit, Authentizität und einfach nur einen perfekten, perfekten Ansatz, wie man eine Symbiose zwischen Fans und Spieler schaffen kann. Und das hat heute wieder wunderbar funktioniert. Also Platz 14. Wir konnten Platz 14 verteidigen, haben nun 25 Punkte. Klar, Schalke hat jetzt noch einen Punkt geholt durch den Last-Minute-Treffer in Augsburg. Dafür hat Stuttgart verloren. Extrem wichtig. Hoffenheim hat gewonnen, souverän gegen Hertha. Aber ich habe immer gesagt, es ist eigentlich scheißegal, wie die anderen spielen. Wichtig ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und wir haben zweimal in Folge wirklich eine richtig gute Leistung gezeigt und somit zwei wichtige Siege einfahren können. Und vor allem, was jetzt auch psychologisch noch wichtig ist, jetzt einfach mal kurz runterkommen. Länderspielpause, Akkus aufladen, vielleicht nochmal die ein oder andere Sache studieren, im Training vielleicht irgendwas einspielen, was noch nicht so gut funktioniert bisher. Aber abwehrtechnisch haben wir uns wirklich in den letzten Spielen sehr, sehr gut entwickelt. Offensiv gibt es auch schöne Momente. Und deshalb, also die Entwicklung ist echt richtig schön zu sehen. Und vor allem, dass man auch eine Entwicklung sehen kann. Das ist nicht, das ist nicht selbstverständlich, wenn man die Spiele halt davor sich anschaut und wie die Stimmung und die ganze Situation nach dem Schalke-Spiel war. Das ist nicht selbstverständlich, mit zwei Siegen in Folge zu antworten. Und zweimal zu Null, das kommt auch noch dazu. Und deshalb auch nochmal Respekt und Dankeschön, Manuel Riemann. Wirklich, du hast alles wieder gezeigt, was wir, was wir von dir kennen. Was natürlich nicht immer kann man auf 120 Prozent spielen. Und deswegen hat er halt seine Hänger. Aber spätestens in Köln letzte Woche hat er auch wieder gezeigt, was er kann. Und heute war er wieder auf dem Niveau, wo man sagen kann, da rüttelt niemand, niemand an ihm. Und einfach nur unsere gesetzte Nummer eins. Und danke, dass du uns den Sieg auch verteidigt hast, wenn ich allein an die Situation denke zum Schluss, wo du zweimal glänzend pariert hast und dafür gesorgt hast, dass die drei Punkte im Volubia-Ruhr-Stadion geblieben sind. So. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber nach dem Spiel, als dann wirklich Schluss war, ich meine natürlich Puls 130, 150, aber vor allem, es sind echt Tränen in den Augen mir geschossen. Und das zeigt einfach mal wieder, wie sehr ich mit diesem Verein auch leide. Und wie sehr ich mich auch mit dem Verein dann freuen kann, wenn es halt dann auch so gut läuft. Und deshalb einfach nur Danke für dieses Spiel. Danke für die letzten beiden Spiele VfL. Und jetzt heißt es für uns auch mal kurz durchatmen. Und in Frankfurt heißt es dann auf ein neues und dann nehmen wir den Saisonendspurt erst mal so richtig an. Jetzt erst recht. Schreibt natürlich gerne wieder alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht. Alles, was euch gerade einfällt. Was habt ihr von vielleicht dem einen oder anderen Spieler noch so gehalten? Generell die, was euch, wie gesagt, alles, was euch gerade so durch den Kopf geht. Schreibt es einfach alles in die Kommentare. Ich freue mich über jeden euphorischen Kommentar, über alle Kommentare, die dazukommen. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur noch einen sehr, sehr entspannten Samstag. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt den Abo-Button, lasst die Glocke bimmeln, damit ihr kein Video mehr von eurem Stammplatz 1848 verpasst. Und morgen natürlich auch einen schönen Sonntag. Wir hören uns und jetzt muss ich auch erst mal runterkommen. Wahnsinn. In diesem Sinne, Glück auf ihr Lieben.